So, da sind wir wieder. Gut, was machen wir denn heute? Hier vorne ist ein Cop. Darf haben wir einen Rundkurs reden. Wir haben 147.000. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche für einen Racer. Mehr gerne mal holen. So, gut. Was haben wir denn hier unten? 30.000 kriegen wir dafür. Dann fahren wir das doch. Dann fahren wir heute mal wieder ein bisschen Racing. Gucken, was wir für ein Auto nehmen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, die ganzen High-End, also auch immer da Hypercars, würde mich nicht in dem Spiel was zu suchen haben. In so einem Lito-Hospital zu suchen haben. So, Wagen wechseln. Dann gehen wir mal auf den Aston Martin. Und dann gehen wir rein. Querfeld. Und dann gehen wir mal auf den Aston Martin. Oh, ich kriege ich noch da vorne. Perfekt. Na, das ist wieder der Muster. Der sieht geil aus, muss ich sagen. Und das da vorne ist mir schon ein Camero, den wir ja als Drifter haben. Ja. Nein, kriege ich noch. Ich werde schön ausbremsen. Ich werde jetzt wieder zumachen. Ja, Mann. Letzte Runde. Ja, Mann. Ich habe das Krieg noch überrundet. Aber irgendwie dann noch nicht. Gut. Geschafft. Die 30.000 nehme ich gerne mit. Ohne noch eins. 100. 120. Da war ein Kopf. Der interessiert das aber gerade gar nicht. Vierchen. So. Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch ein bisschen Story. Oder guck mal ein Auto. Noch mal beim Auto vorbei. Bye. So. so gucken wir mal was hinten da so rum kreucht und fleucht an fahrzeugen was ihr heute nehmen könnten wir haben ja den ersten martin glaube ich gerade wir haben ihn definitiv ist das hier e8 kopie was hat denn der so als standard wert 177.000 haben wir hier ist er 249 mal gucken wir mal drüber kommen scheinbar schon polestar i20 porsche 911 das wäre das maximum was wir uns leisten könnten aber die katze auch nur ist das feiner 911 turbo kann man sich leisten die frage ist was bedeutet die kurs noch zu viele wagen Was kann man denn überlegen? Was soll denn holen? Havocan Spider Havocan E80, 271 273, ich überlege gerade, wenn ich den Havocan Spider danach hole Ja, machen wir das doch, aber nicht jetzt, der kostet nämlich noch 50.000 Den holen wir uns dann So, und dann machen wir das nächste, haben wir dann noch was Story-mäßiges gerade so offen Oder sind wir da gerade komplett abgearbeitet? Da oben ist eine Story Das ist, äh, Wasting Story, ja Den könnten wir hier ruhig fahren Machen wir mal den noch, oder nicht? Ja, doch Machen wir das Schnell rein, da hin Machen wir das Machen wir das Machen wir das Machen wir das Ah, brauche ich ein anderes Auto für. Mit 9000 hast du hier gar nichts. Heute ist irgendwo ein Sprung. Ist doch nichts über ein Auto. Ah, da oben ist das ok. Fahre ich jetzt hier? Ah, Pascho. Potenzial. Aber dann schaffen wir noch das... ... und dann können wir noch das. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Das hier ist noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal sehen, wie sehr sie dich fordert. Dann schauen wir mal. Ja, so wie hast du, Kollege? Boah, Decks, Alter, bremst noch nicht so, dass ich ins Auto fahre. Das war jetzt schon an dem BMW vorbei. Was ist das hier vorne? Porsche? Ne, ist ja Mercedes, oder? Ne, ist ein Borsche. So. Das erste Mal gehen wir in Führung. Das ist aber auch nur kurz. Okay, ich hab zu kämpfen. Mal abgesehen davon, alle. Ne, ich tue ein bisschen... Ich baue meine Führung aus. Wo bleibst du denn? Was für eine Führung? Was für eine Führung aus, ich bin schon weg. Keine Sorgen, ich bin schon weg. Was ist das für ein Bord? Wieалось sind wir das? Was für eine Führung aus, wir sind alle. Letzte Runde über uns. Hier ist noch was für dich drin! Guck mal! 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 Und wir sind durch! Ja! Uh! Uh! 30 sind! Das heißt wir müssen noch viele Rennen fahren! Schnellreise! 128 Autos gibt es im Spiel! Okay! Dann gehen wir jetzt tunen! Dann gehen wir mal in die Garage! Wo sind die? Hier! So! Dann irgendwann mal damit weitermachen! Würde ich sagen! Aber jetzt erstmal Garage! Auto-Tune! Hm ich mag den neuen Wagen! Dann gehen wir mal mit dem Standard Ding das Ganze! So! Dann! Tuning Shop! Wo willst du mich verraschen? Wo willst du mich verraschen? Da muss ich tatsächlich ein Dings verkaufen. 173. Was kostet der? 116.000. Dann nehmen wir den weg. 2. 3. 6. 6. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 15. det he 바람. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 24. Rein in der Mitte. 27 erst. 28 erst. damit ich ganz so viel wieder ja ist martin aber durch meine leistung wahrscheinlich alles auf 27 ist krasserie ja 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 gut Standardzeugs 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 Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl hey von der Küche die Scheiße mal ich spiele die Bequot das Ding so hässlich aus wenn man über den hier das Ding so hässlich aus 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 so da muss ich aber noch was bearbeiten die Scheinwerfer die müssen nämlich anders sein nämlich die passt Auto fertig so ich bin damals 16 Uhr das heißt Feierabend für heute ich bin damals ich bin damals Vielen Dank.